Hallihallöchen, mein Name ist Lars und ich begrüße euch zu The Blender Creations hier auf YouTube, unserer Tutorial-Serie zu The Blender Guide, in der ich euch zeige, wie man einzelne Funktionen anwendet. In der heutigen Folge wenden wir Wireframe an, um eine Kiste zu modellieren, beziehungsweise zwei verschiedene Arten sogar. Wir fangen zuerst einmal damit an, dass wir wie immer unsere leere Szene hier in dem Falle erweitern. Zuerst müssen wir nämlich die Szenen-Statistiken aktivieren, das ist hier oben rechts unter diesem Haken Statistiken. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, ich muss euch meinen Plugin Screencast Keys aktivieren, damit ihr hier unten links auch wie immer sehen könnt, was wir machen. Mit Tab in den Edit Mode zu gehen, ist hierbei schon mal der erste richtige Schritt, denn wir werden jetzt diesen Würfel zu einer Kiste umformen. Hierzu brauchen wir zwei Sachen. Das erste ist, dieser Würfel muss skaliert werden entlang der X-Achse, deswegen nehmen wir mal S für Scale, X für X-Achse und dann 2 für doppelte Breite. Im Anschluss hieran können wir schon oben drüber den Deckel bauen. Hierzu schnappen wir uns dieses Plane hier oben, drücken Shift-D fürs Duplizieren, Enter zum Bestätigen und schieben das Ganze auch direkt ein kleines bisschen nach oben, ungefähr so. Jetzt können wir das Ganze extruden, und zwar vor allem mit der Taste E. Wie hoch das Ganze sein soll, ist hier bei uns überlassen. Ich nehme jetzt mal hier einfach mal als festen Wert einen Meter, das müsste vorerst reichen. Dann, jetzt wieder schon natürlich, wir haben einen unteren Teil und einen oberen Teil, den wir nachher aufklappen können. Im Grunde brauchen wir nicht mehr als das, vielleicht auch hier vorne eine Art Schloss-Symbol. Dazu können wir die seitliche Phase hier vorne nochmal nehmen, über Shift-D duplizieren, dann bestätigen mit Enter und wir können das Ganze nochmal herunterscalen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Bereich, den wir nochmal in der Z-Achse nach oben größer machen können, so am einen, und dann nochmal ein bisschen über G neu positionieren können. Jetzt seht ihr schon, wo das Ganze hinführt. Wir haben schon so ein bisschen die Grundform. Es erinnert leicht an eine Kiste aus Minecraft, wenn wir zum Beispiel hier unten sagen würden, das hier kommt nochmal einen Meter nach oben, dann haben wir wirklich fast eine Minecraft-Kiste. Wenn wir jetzt meinetwegen auch hier oben nochmal 0,5 anpassen, so sehen die jetzt circa aus. Die Kiste, die wir jetzt hier haben, können wir über unseren Wireframe verschönern. Und hierzu machen wir, wie auch schon in dem Blender-Guide gezeigt, das Ding ist gerade auch oben rechts in der Infocard eingeblendet, können wir einfach mal alles mit A auswählen, und dann drücken wir STRG-F für das Face-Menu. Hier haben wir Wireframe stehen, das Ganze findet ihr auch hier oben unter Face, Wireframe, oder über F3 findet ihr auch hier bei der Suche Wireframe, und zwar hier unten Face, STRG-F Wireframe ist das, was wir haben wollen. Da klicken wir einmal rein, und dann seht ihr auch schon, dass sich hier eine Kante bildet. Im Operation-Panel unten links, das ist in dem Fall das Zugeklappte hier unten, da können wir einmal draufklicken, finden wir verschiedene Optionen. Und hier interessant ist in dem Falle für diese Kiste, nämlich die Fickness. Das Ganze ist jetzt gerade ein bisschen klobig, das können wir einmal runterschrauben auf vielleicht 0,08, das können wir auch so eintippen, und dann seht ihr ja schon hier, wie das Ganze aussehen wird. Jetzt merkt ihr mal vielleicht schon, hm, unten könnte es ein bisschen was höher sein vom Anteil her, vielleicht oben ein bisschen dünner, aber ansonsten, wenn euch eure Kiste so gefällt, könnt ihr das auch lassen. Wenn euch hier die seitlichen Face der Kiste weggehen sollten, könnt ihr unten den Haken Replace rausnehmen, denn Replace lässt nämlich sowohl das Mesh verschwinden, aber auch außen drumherum das Wireframe erzeugen. In unserem Falle wollen wir die Kiste ja behalten, deswegen der Haken bei Replace fällt komplett weg. Die Kiste, die wir jetzt hier haben, können wir somit auch schon direkt designen. Eine Minecraft-Kiste ist in aller Regel ja immer dieses typische Braun, was man schon kennt, und das können wir hier genauso machen. Wir schnappen uns ein mit TV, bisschen zu genau genommen sogar, nehmen wir mal zwei, drei Stück. Eins für die Kiste selbst, eins für den Rahmen, eins für das Schloss. Und hier können wir jetzt verschiedene Dinge machen. Das erste ist mal, wir drücken überall bei allen drei hier auf das Plus New. Das Ganze ist nämlich schon hier die Kiste, die wir haben wollen. Ich zeige euch aber gleich noch weitere, deswegen nicht denken, dass jetzt schon alles vorbei ist mit Wireframe. Es kommen noch ein, zwei Beispiele. Diese Kiste zu designen ist jetzt sehr simpel. Wir haben jetzt ja unser komplettes Wireframe noch ausgewählt, und das Wireframe wird das zweite Material werden. Deswegen drücken wir hier auf den Button Assign, um dem kompletten Rahmen hierbei die Farbe zuzuweisen. Und hier entscheide ich mich jetzt eher für einen leicht helleren, sagen wir mal, einen solchen leicht goldenen Ton, machen wir so. Und der Rest drumherum wird die andere Farbe werden. Denn, wenn wir jetzt mal Material 1 betrachten, was ja alles auf diesem Mesh erstmal grundsätzlich war, dann können wir jetzt hier ein dunkles Braun auswählen und das dann so Holzfarben aussehen lassen. Für das Schlüsselloch in der Mitte können wir einmal das Face anklicken. Dazu müssen wir uns einmal treffen, das ist ein bisschen hier drin verschwunden. Und dann können wir, wenn wir das ein kleines bisschen raus extruden oder raus in dem Falle bewegen sogar, was vielleicht schlauer wäre, machen wir es mal kurz so, zack, hierhin, können wir hier nämlich Material 3 auswählen, Assign drücken, und dann haben wir wieder hier ein letztes Material für das Schlüsselloch. In dem Falle machen wir das Ganze mal hier schwarz und wenn wir jetzt mal oben rechts schauen, wir können jetzt ja bei diesen vier Kugeln hier oben das Rendering umstellen und zwar auf Viewport Shading. Das ist nachher die Farbe der Kiste, wie sie auch aussehen wird, wenn sie gerendert wird. Die Kugel hier oben davor, das ist jetzt das Ganze mit alles gleichmäßig beleuchtet und das sieht nicht schlecht aus, gefällt mir ganz gut und wenn wir jetzt mal überlegen würden, wie die Kiste sich öffnen würde, dann würden wir jetzt ja hier oben diese Fläche auswählen, STRG L können wir drücken als Hinweis hier, um benachbarte Flächen, in dem Falle hier den kompletten Quader auszuwählen und dann klicken wir noch mit SHIFT einmal auf den goldenen Rahmen hier drauf, drücken auch nochmal hier STRG L und jetzt seht ihr schon, das Ganze mit der Kistendeckel hier unten drunter die Fläche für den Rest mitsamt Inhalt. Das Topface hierbei können wir nachher löschen, denn hier rein soll nichts kommen, deswegen X Delete Faces. Wenn wir nur nochmal hier oben den Bereich auswählen, diese beiden Stellen hier, entweder über das Lassus Select, über das Box Select oder das Circle Select, ihr könnt über das Cursor Objekt hier oben links oder über WR durchwählen, dann könnt ihr hier die einzelnen Sachen auswählen, nehmen wir eben mal Box Select, einmal so, dass wir einen Face plus den Rahmen haben, STRG L fürs Auswählen und dann können wir hier mit R und dann der X-Achse dieses auch ein bisschen rotieren lassen. Einmal nach oben ein bisschen bewegen, einmal nach hinten und das Ganze können wir so lassen. Da haben wir unsere Kiste. Wir haben jetzt 116 Vertices, 124 Faces, beziehungsweise 248 Triangles, das geht noch vollkommen klar für Low Poly. Wir gucken uns das mal an, was es noch für eine Art von Kiste geben kann. Und zwar bauen wir die gleich schon nochmal, allerdings nicht aus einem Würfel, sondern aus einem Zylinder. Hierzu müssen wir zuerst einmal Mesh wieder einfügen, und zwar brauchen wir hierbei insbesondere einen Zylinder. Diesmal wollen wir nämlich, dass der obere Part um die Kiste drum herum, also der Rahmen quasi rund ist. Hierzu können wir diesen Zylinder einmal nehmen, dann drehen wir diesen, und zwar Rotation um die Y-Achse ist das. Hier können wir 90 Grad einmal einstellen, dann machen wir bei Vertices vielleicht mal nur 8 Stück, so, und dann können wir das auch schon bewegen, und zwar hier unten Location in der X-Achse, machen wir mal, ja, ruhig 8 Meter Abstand, und dann gucken wir uns das mal hier genauer an. Im Edit Mode können wir nämlich wieder Scale, X, und dann einmal 2 drücken, dann sieht das Ganze wieder so aus. Die Bereiche auf der Unterseite des Meshers, also in dem Falle hier, hier, bis dorthin, und da drüben hin, die brauchen wir nicht mehr, deswegen können wir hier sagen, X-Delete-Faces, und die Seitenflächen sind schon richtig, allerdings brauchen wir nur die Hälfte davon, und hier empfiehlt sich das Knife-Tool, was wir auch schon bereits kennengelernt haben, deswegen mit K einmal hier hingehen, den Punkt hier links auswählen, und dann genau bis hier rüber schneiden, links klicken, und mit Enter bestätigen, dann können wir nämlich hier unten die Fläche einfach löschen, und das Ganze machen wir gegenüberliegend genauso. Also, K für das Knife-Tool, auswählen dort drüben, einmal bis hier hin, Enter drücken zum Bestätigen, X, Delete-Faces, so. Hier wird es nun interessant. Zum einen wollen wir jetzt ja, dass ein Rahmen quasi entlang dieser Wörter, das sieht an der Seite, hier von vorn nach hinten verläuft, dann einmal unten drum nach drüben, und hier oben rum wieder zurück. Das Ganze also nur, ohne dass wir die Schrägen, ja so die Kanten, die in der Mitte verlaufen, mitnehmen. Hierzu müssen wir eine Sache machen, und zwar müssen wir die oberen vier Faces einmal, mit Shift-D, duplicaten. Dann gehen wir einmal nach oben, und zwar mit diesen um einen Meter circa, und wir löschen die Originalen, hier unten drunter einmal heraus. Des Weiteren müssen wir über die Kanten-Auswahl, hier unten diese Kante, mit der dort drüben verbinden, mit F, und dann haben wir nämlich schon die Grundlage, die wir haben wollen. Des Weiteren brauchen wir dieses vier-gigige Face hier nochmal, mit Shift-D, dann bewegen wir es nach unten, GZ mit 0.1 vielleicht, nach unten in der Minusrichtung, und dann X-Troogen wir das nochmal nach unten ein Stück, dass wir hier nochmal den Kistenboden machen können, mit vielleicht einem Meter. Und nun zur Aufgabe selbst. Jetzt wollen wir, dass das Ganze hier natürlich wieder Outlines hat, also können wir diesen Bereich hier oben auswählen, die drei Faces hier unten, die Unter-Hinterseite hier, und dieser an der Seite nochmal hier, so dass wir insgesamt hier auf sechs Faces bei dem Quadrat kommen, sieben mit dem mittleren, acht mit dem rechten, neun mit dem linken. Jetzt drücken wir STRG-F, machen hier in dem Fall auch wieder Wireframe, und ihr seht, es entsteht wieder ein solcher Rahmen. Auch hier in diesem Mesh können wir wieder drei Materials geben, eins, zwei, drei. In das erste oben weisen wir unser bisher erstelltes Material, nämlich das, in dem Falle hier, braune zu. Das zweite hier, kriegt das goldene Material, und da können wir auch direkt den Button Assign drücken, dass der Rahmen golden wird. Das dritte unten drunter, da können wir noch was machen, und zwar hier das Schwarze einfügen. Mit diesem Material hier unten, mit dem Schwarzen, können wir noch nichts machen. Allerdings, wenn wir jetzt hingehen, und hier noch ein Schlüsselloch einfügen wollen, können wir einmal sagen, hier Shift-D, Scale in diesen beiden Richtungen, dann einmal Scale in der X-Achse, und noch mal so ein bisschen nach oben fügen, hier hin, und noch mal leicht nach draußen gehen lassen, so um Punkt 0, 1, minus, und dann können wir hier einmal den Button Assign drücken, für das schwarze Material, und dann auch noch mal hier, mit STRG-F, Wireframe, und dann noch mal dort, mit dem goldenen Material, eine Zuweisung machen. Jetzt müssen wir nur noch das Dach oben, nach unten ziehen, und deswegen noch mal, mit Shift-Links-Klick in der Face-Selection, über Zahlenreihe 3, 1, 2, 3, 4, GZ, 1, minus, zack, und hier haben wir unsere runde Kiste, das Ganze jetzt noch gerne, einen Meter nach oben, hier hin, und das ist dann schon Kiste Nummer 2, jetzt haben wir einmal nämlich eine runde, und jetzt rüben unsere viereckige Kiste. Eine dritte und letzte, die ich euch zeigen will, ist weniger eine Kiste als Schatztruhe, sondern mehr eine in der Form als Lagerkiste. Ihr kennt vielleicht aus vielen Rennspielen, diese typischen Kisten, die diesen Aufbau haben, sehen aus wie ein Quader, sind auch nicht mehr als das, und haben ein paar Outlines, die darüber verlaufen. Wenn wir unseren Würfel mal hier in GX 16 Meter Abstand platzieren, und dann im Edit Mode direkt auch noch 1 Meter nach oben gehen, dann haben wir schon den auf Bodenhöhe, und können loslegen. Das erste was wir machen müssen, ist leider diesen Würfel mit A alle Flächen auswählen, und dann X Delete Only Faces auswählen. Als nächstes brauchen wir eine Verbindung, von unten links nach oben rechts, deswegen einmal hier hin, dann machen wir einmal F, dann müssen wir in der Kantenauswahl diese Edge auswählen, und mit D in meinem Falle, als Hotkey für euch, rechtsklick, und dann habt ihr hier oben stehen, Subdivide als Eintrag, das Ganze unterteilen, dann von dort aus, gehen wir zurück in die Vertex Selection, mit Zahlenreihe 1, wir wählen 3, wird es dies aussehbar jetzt erzeugen, eine dreieckige Fläche, machen das einmal hier für alle 4 Stück vorne, und dann müssen wir das genauso auch an den Seiten machen, denn wir müssen alle 6 Seiten dieses Würfels genau so aussehen lassen. Jetzt haben wir alle Flächen von diesem Würfel so aussehen gelassen, dass sie jeweils hierbei 4 verschiedene Dreiecke sind. Es gäbe natürlich noch in dem Falle einen schnelleren Weg, das Ganze zu lösen, jedoch wollt ihr euch in dem Falle hier das Ganze mal auf diese Art und Weise zeigen, denn eine Funktion, die euch in dem Falle helfen wird, werdet ihr doch in den nächsten Folgen von Blender Guide kennenlernen, und zwar Stichwort in dem Falle wäre gewesen, Insetten und Mergen, mehr dazu aber in einer anderen Folge. Jetzt haben wir unseren Würfel auf allen 6 Seiten jeweils so aussehen, wir können ihn mit A komplett auswählen, und dann können wir auch wieder über STRG F hier Wireframe auswählen, und ihr seht schon hier, das dürfte euch eventuell bekannt vorkommen aus dem ein oder anderen Game, Kisten mit solchem Layout. Wir können die Fickness mal ein bisschen höher und ein bisschen geringer schrauben, und ich denke mal, ihr kennt das hier. Wenn ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Game euch als erstes einfällt, wenn ihr das Ganze hier seht. Welches Game habt ihr vorher gespielt, oder in welchem Game sind diese häufig vertreten gewesen? Wir färben sie immer noch ein, damit ihr das Ganze auch besser erkennen könnt, in dem Falle, ich nehme euch hier mal wieder als erstes Material das dunkelbraune so, und auf dem zweiten nicht das goldene, sondern ein helleres, neues Material, welchem wir auch eine braune Farbe geben, die aber eher so in diesen, ja, sagen wir mal, beige-orange Tonen geht, und dann können wir auch hier Assign klicken, und jetzt haben wir nämlich auch das schon so hier. Die Farbe finde ich nicht ganz so gut, aber da kann man nachjustieren, wie man will, vielleicht ruhig so ein bisschen mehr so in der Form, aber ich glaube, man erkennt, was es sein soll. Und mit diesen drei Kisten sage ich auch schon wieder, dass es das für die Folge war. Jetzt habt ihr gesehen, wo man Wireframe anwenden kann, und welche schönen Ergebnisse daraus entstehen können. Drei Kisten, 362 Virtus Cs, 418 Faces, super, super schön, super low poly, und ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen oben, für dieses Video da, und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt, und ansonsten, klickt gleich mal gerne in der Endcard, auf zwei weitere Videos, in denen ihr noch was über Blender lernen könnt. Würde mich richtig freuen, wenn ihr supportet, ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Lars, bleibt gesund, und bis zum nächsten Mal Leute, bis dahin, ciao, ciao. und bis zum nächsten Mal Leute, 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 bis zum nächsten Mal Leute,